Hallo, herzlich willkommen zurück bei WoWG in Desolace. Aha, eine Wanderspinne. Ich lass die Scheiße, ich hab keinen Bock mehr auf Haustierkämpfe. War nach Anfang ganz gut, aber dann lässt man es ein bisschen um deinen Teppich fallen. Reinigungsritual ausgeführt. Achso, jetzt muss ich so scheiße Melonen sammeln, ey. Wenn man es ein bisschen schleifen lässt, ist es wie mit dem Beruf und dann musst du hinterher wieder. Dann musst du wieder zurück, dann musst du kämpfen, dann verlierst du sowieso ständig. Aber theoretisch müsste ich das jetzt machen, weil damit ich nämlich jetzt noch die Covid kriege. Und nicht dann so irgendwann mal, keine Ahnung, sind die Level 30 und ich so 5 oder was, weißt du. Jetzt geht es ja noch, jetzt sind sie 8, ich so teilweise 5 bis 7 irgendwie um und bei. So, ich soll jetzt 8 von diesen Dingern sammeln, oder was, benutzt 8, ja. So, das heißt der nächste Haustierkampf ist meiner. Dazu muss ich erstmal was gucken. Was haben wir denn hier? Alles tot. Alles tot, was äh stark ist natürlich. Giftspucker Jungtier. Putz. Die Motte kann auch raus und dann... Achso, ist tot, kannst du nicht machen. Ach doch, ist ja. Achso, hier Motte. Donnerechse. Machen wir lieber so. Der levelt mir gar nicht mehr der scheiß Gepard. Kann auch aussterben, das Fee, ist mir auch egal. So, komm mal her, junge Wüstenspinne. Ich brauche EP. Zack, zack, zack. So, wir grauen uns erstmal ein. Toll, also geht es nicht los. Oh man, warum ist denn der vor uns dran, verfickter Bullshit. Ja, dafür kriegt er aber gar nicht den richtigen Hammer ab, ey. Danach kommt mir noch eine Spinne. Äh, eine Schlange. Ach Mensch, ich hätte sie ja... Ah, fangen sie, fangen sie. Scheiße, geht nicht mehr. Schöne Scheiße, das kommt doch mal, wenn man dämlich ist, ey. Mann! Ach, ich lasse mal die anderen rein, die müssen ja auch leveln. Ne, ich verstecke mich. Ja, und ich mach das, guck mal. Toll. Achso, ich war gerade dabei, ich dachte, man macht... So, ich halte mich mal kurz. Ah, Bitch, da guckst du, wa? Finde wie warme, Leute. Die Qualität am Start, die kriegst richtig auf die Fresse. Ach, die ist das... Warum soll ich die Fels... Wie pass... Na gut, weil ich sie noch nicht hab. Gut, dann sammeln wir sie mal. Ja, zerstören sofort noch mal. Ganz kurz über das Stück, ey. Klapp. Ich schmeiß mit Kiste. Ich hab da gar nicht schnell zusammengehämmert. Bam, level up. Wir sind alle levels hier, Mann. Sind das alles scheiß Viecher. Okay, level up. Ach, hätte ich das doch früher gemacht. Dann hätte ich während ich sie alle killen, die ganzen Dinge einsammeln müssen. Jetzt müsste ich die alle noch mal killen. Es kommt zur Zeit. Und nebenbei kann ich die dann nicht mal hier so, ähm... Ärgerlich. Das sind zwei jetzt insgesamt. Das ist hier der dritte. Oh, was siehst du denn, die Melancholiker... Oh, was siehst du denn, die Melancholiker... Oh, was siehst du denn, die Melancholiker... Oh, was siehst du denn? Oh, was siehst du denn? Oh, was siehst du denn? Oh, was ist überhaupt einer? Daumen lasst er doch. Schwuler Paladin. Aber der ist nur schwul, weil er ein Blutelf ist. Weil ich ihn nicht spüre. Okay, ich will mal ein wenig schlafen. Ich will mal ein wenig schlafen. Was haben wir jetzt eigentlich, dass er noch mal wieder zu zählen? Nix. So, zwei noch. Zwei Melonen. Zwei Melonen. Groß und rund und saftig. So, zwei noch. Zwei Melonen. Da ist ja der Pala! Das ist ein Ork-Krieger! Ork-Kriegerin! Aha! Wenn die so aussehen würde wie im Film? Okay! Tun sie aber wahrscheinlich nicht! Oder haben sie sich geändert? Gab es überhaupt Ork-Frauen zu spielen damals? Gibt es überhaupt Ork-Frauen zu spielen damals? Ich weiß gerade gar nicht! Ja, ne? Gab es aber, ne? Oder? Hm... Ich habe nie eine gesehen! Werden wir denn nie darauf geachtet? Gab es Ork-Kriegerinnen? Die Orks waren immer nur männlich, oder? Ich habe nie eine Ork-Frau gesehen! Das wäre mal was für einen Grund, um in die Kommentare reinzuschreiben, Freunde! Abo auch gleich da lassen! Daumen nach oben! Und Video teilen! So, habe ich jetzt schon mal vorweg gesagt! Ja, aber schreibt mal in die Abos! Schreibt mal in die Abos! Schreibt mal in die Kommentare, wie das ist! Alles was ich sage, ja? Muss, äh... Von euch dividiert werden! Sofern ihr es wisst! Hey! Viele Sachen weiß man ja nicht mehr! Wie gesagt, ich habe auf Ork-Krieger noch nie geachtet! Kriegerinnen und Frauen! Also überhaupt... Örkinen! Orkine! Orkas! So! Melone! Blödork! Blödorkin! Örken! Örkel! Steve Urkel! Steve Urkel! Ah! Oh! Oh! Ey! Was soll er denn jetzt hier? Wurde er gefeiert oder was? Aha! Da liegt ja was! Aus der Sicht! Äh... Reichweite! Dafür schreibt man da nicht mehr raus! Blumms! Blumms! Da hätten wir auch ne Melöhne! Ne Melöhne! Da fällt mir ein! Da fällt mir gerade ein! Ich kann ja auch reiten! Blumms! 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 Einsammeln! Sauer! Blumms! Um saft ausquetschen und dann kann' ich weniger weg! Ähhh... Das wird nicht gefolgt! Ihr werrt schon wieder verfolgt! Äh... Ach ja da ne? Jep! Lassd mich doch in Ruhe! I Don't Want To Go To You! Und rein mit der Scheiße! siehste ok greifen wir mich nicht an hauja was habe ich jetzt für eine quest angenommen ruinen von elunens palast aus finde ich ach Leute ich will doch hier weg ich habe doch keinen Bock auf die Schütte warum greifen die eigentlich jetzt nicht an verstehe ich auch nicht wahrscheinlich dann von mir nein, ich bekomme es nur noch aus Versehen angegriffen oder so ein AOE-Shit auf den anderen und dann die so BAM alter du hast uns angegriffen jetzt ficken wir dich weg sind die Geister-Amazonen jetzt geht es richtig Rammidemmy hier muss ich auch es führt kein anderer Weg zum palast hüh hüpf hüh hüpf aah... Schatten, Satyren zack jawoll das ging ja easy going hier zack, jetzt sag mal hier zack Quest beenden ihr seid immer in der Lage ihr Chicks auf dem Tagebuch zu verstehen aah für ehrlich Auf den Runensteinen steht geschrieben, dass der Edelstein des Monuments die Macht inne wohnt, einen Feuersturm zu entfesseln. Der Sturm könnte zu einer mächtigen Waffe werden, in der Elun ausdauernd gewuldigt würde und in dem man ihn mit den spirituellen Energien der Gefallenen auflädt. Ihr betrachtet die kürzlich aufgetauchten Geister von Eluns Jüngerinnen und kommt zu dem Schuss, dass ihr weder die Zeit noch die Neigung dazu habt, der Göttin eures Feindes zu huldigen. Ihr müsst einen tobenden Vortex erzeugen, indem ihr sieben Müngerchen von Elun mit eurem Feuersturm vernichtet. Solltet ihr euren Vortex-Edelstein verlieren, erhaltet ihr einen weiteren aus dem alten Vortex-Rumenschneid. Oh, das ist klar. Wir entscheiden jetzt, die gehen uns auf den Sack und wir haben keinen Bock, den zu holen, wir greifen an. Angriff! Wir werden jetzt einen Feuersturm entzünden. Dann schauen wir hier, ihr Eluns. Vorsichtshalrem? Kann man lieber ... So, ist eigentlich da, ist er, ja? Eluns. Leben wieder hoch. Ich kann diesen Gegenstand nicht benutzen. Ich mache das. Ich habe den ganzen Tag wiedergeleitet. Wollen wir mal! Das sind 4. Wenn du noch mal wärst, das ist! Guck mal! Das klingelt auf! ja ich bin nun spießt das ist egal dass seine zuhörte sterbt ein Nein! Bitch, fresse! Wo mach ich doch endlich tot! Zack, siehst du? Stopp! Och Oh Er hat uns gesehen Er ist aufdringlich Aufdringlich er ist Boah 399 alter Gib ihm ey Schnell den Hirten holen Komm her, du Ratte Und der Feuersturm wächst Muah So Ja, ein kleiner Pimmel Guck dir mal meinen Feuersturm an, alter Da kriegst du neidische Augen, wa? Ich muss auch passen, dass der Diesel lässt mich wegfacken, man Oh 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 Camps! Ja, kämpfst du doch da oben, du Spacko ey Ja, na, hast du meinen Feuersturm auch gesehen? Guck mal Wuhuuu Wuhuuu So, guck mal, was hat der für ein Level? 33, warum reitet der ein Wolf? Warum ich nicht? Scheiße Das ist das Wohuuu Der Wortrex Den haben wir Dann Klicken um abzuschießen Hallo Achtung, hier werden, okay Ihr könnt euch eines Anflugs von Stolz nicht erwehren, dass ihr dieses lang verlorene Geheimnis der uralten Verehrer von Elun aufgedeckt habt Ihr besitzt nun die Macht eurem Feind großen Schaden zuzufügen Da nun Furiens unermüdliche Arbeit dies ermöglicht hat, scheint es nur gerecht, dass diese Waffe auf denjenigen losgelassen werden sollte, die für seinen Tod verantwortlich sind Der Abschaum der Allianz Der Abschaum der Allianz auf der Nielenspitze soll für den Angriff auf die Horde bezahlen Setzt den Edelstand des Tonnen Vortex gegen die Ruine der Nielenspitze ein Während ihr die Feuersturm gefährlich, tötet 40 Verteidiger Nielenspitze und verbrennt Füßenhändler in der Nielenspitze Krass Gehen wir an Jetzt wird's aber krass Die Nielenspitze ist auch irgendwie... Ist ja ne Schwaldwecke Wahrscheinlich ein paar Meter weiter hinter den Tempel wär's schon gekommen Finde ich cool Also die Quest an See ist zwar nur noch so, wir sammeln hier und sammeln da Aber ich finde die... Dramatik und die Action In den Quests besser gelungen als damals Da war... Ich brauche unbedingt... Wir sind so und so viel abgehauen Ich musste jetzt alle wieder haben Schnell sonst... Ich kriege Ärger Irgendwie sowas was sehe ich So banale Sachen aber So ist doch ganz cool Was ist jetzt hier los? Und so... Da hinten... Da durch Oder wie Kommen wir gar nicht hoch oder? Kommen wir gar nicht hoch oder? Kommen wir da hoch? Kommen wir gar nicht hoch Scheiße Wie kommen wir miteinander hin? Ist das da außen rum oder? Watt? Das ist schon scheiße Ah... Versuch ich mal hier den... Hier den Glück Ne hier den Weg Hier mein Glück Auf diesem Wege Das ist schon mal Keine Die Nilspitze Ist das nicht hier Allianzlager? Ich höre mir grade so ein Da so bin ich damals auch mal rumgelaufen Und der muss doch irgendwo der Eingang sein Als ich aber an der Allianzlager gespielt habe Jetzt soll ich da rein? Das ist der... Das meinen die jetzt wirklich oder was? Also... Hoch da... Und die Nilspitze Ja genau Guck mal Das ist PvP Was? Ich habe ja noch mal Ich habe ja noch mal Wer will das bei dir? Ska... Die Ruin... Ja du Penis Wie soll ich denn da reinkommen? Hallo Geh weg Alter, haut der Hilde rein. Gut, okay. Prost. Äh, wenn ich da jetzt hoch will, ja? Laufen noch alle der Herren auf mich dunkel. Fein, lauf ich noch jetzt. Na gut, versuch. Hä, hä, hä. So, hallo. Doch, tatsächlich, ich soll da rein. So, so witzig. Ha, 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 ha. Äh. Das ist hier wirklich. Verteidiger, Niedelspitze. Sind das die Verteidiger? Das ist Dämonenjäger, okay. Wache. Ähm. Kann das irgendwie jetzt so richtig sein? Ich glaube nämlich nicht. Jetzt laufen wir umsonst. Ey, guck dir die Scheiße an. Kann mal wieder hier anfangen. Obwohl es geht. Der ist ganz gut gesetzt, der Platz so quasi, wie ich es wollte. Vielleicht haben sie es ja auch gemacht. Vielleicht haben die die Idee, die ich damals hatte, umgesetzt. Hätte ich mal bloß damals das gesagt. Dann hört jetzt alles sagen. Guck mal. Er ist es. Wegen ihm haben wir es gemacht. So eine Art Leeroy Jenkins. So ähnlich. So, Spieler gegen Spieler. Deaktivieren. Ich möchte nicht. Nein, nein, nein. Okay, fünf Minuten hier noch, oder was? The Winter is coming. Das war eine Gilde. Ah ja. Okay. Wie ihr meint. Äh, die. Die. Verteidiger, die nicht. Ich will. Vortex der Vergeltung. Benutzt, beschwört einen tobenden Vortex, um euch zu dienen. Hm? Ich würde aber gerne. Ist wahrscheinlich falsch. Ich muss mich wahrscheinlich draußen anmachen. Dann tobe ich hier hoch. Aber er sagt, nee, nee, nee. Er sagt ja vorhin, es wird Ding und Dings benötigt. Dann merke ich den nächsten. Ich nehme die Hände hin. Okay, werde ich schon wieder beschossen? Versuchen wir es mal. Benötigt die Ruinen der Nielspir... Äh, äh. Oh Gott, wo soll denn das sein? Ich ziehe die Ruinen. Hallo. Hm. Was ist denn das jetzt? Wahrscheinlich hätte ich hier irgendwo anklicken müssen, da oben auf dem Ding und dann wäre ich da so oder wie? Oder was? Ey, das ist scheiße, Mann. Oh, ist das alles eine scheiße, scheiß Beschreibung? Alles Kacke. Wo sind diese fucking Ruinen der fucking Niedelspitze? Verfickte Facke. Das ist es nicht. Aha, hier vielleicht. Sieht nach Ruine aus. Da sind alles aber Wachen. Das sind keine Verteidiger. Vor allem glaube ich nicht, dass ich hier eine PvP-Quest kriege, oder? Das ist nicht so ein bisschen komisch schon. Nösser. Lauf doch. Na und? Tada! Trick 17. Muhahaha. Oh nein. Nein! 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 Ich weiß noch nicht. Ich hab mich rechtzeitig durch. Pass auf. Fick dich! Fick dich! Fuck-Folge! Fuck-Folge! Scheiß-Spiel! Fick-Quest! Bullshit! Huuuure! Der armen Ork läuft dann nämlich auch gerade hinter Jäger. Hä? Was ist denn hier los? Hm? Wieso ist denn der tot? Ich muss da jetzt auch rein. Ach, komisch. Scheiße, Mann! Was ist das denn? Solchenberg? Eiskronen-Zitadelle? Mhm, 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 mhm. Hab ich doch gelegt, aber das ist eine Eiskronen-Zitadelle. Aber warum kenne ich das? Die Boss hier, der ist euch ein Merker. Ist das denn neu? Mhm. So, so. Ah, nee. Dem will ich gar nichts erzählen. Level 100er. Twintelf Common. Mann, was ist das jetzt hier? Am besten krieg ich hier noch gleich so'n Arsch von... Ja, Blut-Effig. Ach nee, Blut-Effig. Ah, ist das scheiße, ey. Ja, super. Ach, drauf. Alles hier kaputt, Mann. Alles shit. Bin nicht blöd, anstatt ich den ersten und letzten benutze? Ja? Oh, was ist mir übel, ey. Mann. Was ist das? Wo sind diese scheiß Dürfen? Oh, der Nils. Weißt du, was ey? Fickt euch. Zack. Abbrechen. Leck mich am Arsch. Wo ist denn das? Wo zeigt er mir jetzt hier? Äh, 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 toll. Nervu, ich versuch's noch mal. Ich geh noch mal hin. Nimm die Quest da noch mal an. Und dann... Ich hab gar keinen Bock mehr auf die Leute hier zu treffen. Auf diese scheiß Dämonen-Ficker. Diese Türen. Diese Arschlöcher da. Alle, alle, alle. Stecken sind da an der Decke hier. So. Hier, das ist der Sageron. Kann ich angehen. Ah, nee. Benötigt die Ruinen denn die... Ja, fuck you doch! So, ist auch gar keine 40-Berteidiger da. Ähm, ist das irgendwie was, wo ich unten rein muss? Ist das hier unten irgendwie so ein Eingang oder so zu diesem Puff? Was ist das, was, ey? Hab ich keinen Bock drauf, ey. Was soll die Scheiße? Ich sammle mir auch hier nicht einen ab, ey. Was ist das hier? Kanuslichtung. Mann. Bist du rumgesund, Russell, ey? Nimm dich, bitte. Wir möchten die Ruinen haben. Ja, fuck, fuck you. Was für Ruinen? Wo sind denn die, Mann? Scheuert, ey. Das ist hier, weil, wie gesagt, ist ja hier, kannst du ja nicht auf einmal PvP anzetteln. Ja, ich will die Quests, ich will diese Scheiß-Quests zu Ende machen. Ich meine, der ist ja hinten, das ist ja auch schon die Niedelspitze. Der ist hier hinten um die Ecke gestorben. Scheiße, die haben ihn da ja irgendwo angegriffen, oder nicht? Ich geh jetzt da mal hin. Aha, gehen wir nochmal die Niedelspitze. Ach, das ist wieder die Solace. Niedelspitze, die Solace, hin und her. Ja, ja, ja. Wo liegt denn der Tote, Dummi? Ja, ich schlafe mich durch. Ein scheiß Falke noch da. Kann der Penner mich mal wieder hinbringen, da. Ich kann so ein Kackfick nicht wieder rennen. Du bist doch Kacke! Was bist denn du? Schabe, hm. Ich will eine Kackalake in meinem Team haben, ist richtig. Aha. Aha, hier geht's hoch, oder was? Oder sieht das nur so aus? Hm, das sieht nur so aus. Ah, nee, aber da. Vielleicht hier so lang, weil der Fall zeigt auch noch da. Aha. Nee. Oh, ist das Bullshit. Ich bin ein... Jetzt kommen sie von allen Seiten, oder was? Ich hab' ich doch noch so'n Flugarsch. Aber wo ist der jetzt hin? Ach, inaktivet Elemental, bla bla bla. Das ist doch scheiße, Leute, wirklich. Findest du nix? Nix findest du hier. Oh, das wollte ich gar nicht. Na, gut ausgehalten, wa? Wo liegt denn der tote Sarg jetzt hier, Alter? Der lag doch hier irgendwo, oder nicht? Das war doch am Eingang. Ist doch schon der Eingang. Und so eine Ecke hier. Ich bin tot. Bin abgeholt, oder was? Bist du was, alle fick dich irgendwie. Abbrechen, ja, tschüss. So. Das Problem ist, jetzt müssen wir finden, äh, gucken, wo wir hin müssen. Müssen wir den Weg dahin finden. Zum nächsten Questen. Aber jetzt geht es gar nicht weiter, wenn du das nicht hast. Warum ist das hier gelb? Ist das von den Gegnern? Flugpunkte? Oder sind das... Die sind rot. Das ist Horde. Und die gelben sind eventuell... Neutrale, oder? Oder wie? Die sind die. War diese letztlich mal 40er Gebiet? Ja, oder... 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 Ich mich da jetzt... Weiß doch gar nicht. Aber ich gehe jetzt mal zum gelben. Mal gucken, ob ich da questen kann. Mmmh... für mich zur Folge werde ich dann auch mal wieder ein Dings anmelden. Eins von den Neuen? So schießt der in grünen Strahler, Spacko. Lass mich doch einfach in Ruhe mal verpiss dich doch ist das ekelhaft aufdringlich, das finde ich, ey. Ich mache ihn langsam, hahaha. Dann kann der nicht mehr abhaben, hahaha. Dann will ich ihn essen. Ich bin nämlich ein Krokodilen. Wie das denn für Viecher, ey. Sollen wir es haben? Nee. Äh. Gürteltiere. Perverse Tiere. Ich hasse sie in echt. Nee, den nehme ich nicht. Also, hier haben wir es jetzt ja. Okay. Ja, das ist aber toll. Ach doch da. Nur ein Flugpunkt? Mehr nicht? Das war's? Doch, das hat er noch gefasst. Zwangsadoption. Ja, drei Sturzliga. Ja, holbar. Und graues Land. Äh. Ich hab will, dass ihr den unnatürlichen Felzzong findet. Machen wir. Äh. Ach, so haben wir schon. Alles klar. Aber das ist in der nächsten Folge. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wie Anfang schon gesagt, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Daumen nach oben, Kommentar. Da freue ich mich super drüber. Super. Super, super, super. Tun ihn super, super, super freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, wäre auch ganz geil. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, haut rein. Drei rein. Weil duõ' mit, öxenAnygent kann.